Wird die PS5 eventuell teurer als gedacht, erscheint Baldur's Gate 3 noch 2020 und Disney will neue Spiele zu ihren IPs. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Eventuell wird die PlayStation 5 etwas teurer als bisher angenommen. Die Herstellungskosten der neuen Konsole von Sony haben sich durch einige knappe Komponenten als deutlich höher herausgestellt als ursprünglich erhofft, wie das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet. Derzeit werden die Herstellungskosten einer PlayStation 5-Konsole auf 450 US-Dollar geschätzt. Die PlayStation 4 kostete, als sie 2013 ursprünglich auf den Markt kam, in der Herstellung rund 381 Dollar und wurde für 399 Dollar verkauft. Möchte Sony also eine ähnliche Marge mit der PlayStation 5 erreichen, würde diese den Verbraucher am Ende mindestens 470 Dollar kosten. Wer dachte, die Hersteller machen mit den Konsolen das große Geld, der hat sich gewaltig getäuscht. Bei der ursprünglichen Xbox musste Microsoft beispielsweise ordentlich draufzahlen. Einige Mitarbeiter von Sony wollen mit der PS5 eine ähnliche Strategie fahren und gewaltige Gewinn-Einbußen in Kauf nehmen, um im Konkurrenzkampf mit Microsoft, die im gleichen Zeitraum die Xbox Series X herausbringen wird, die Oberhand zu gewinnen. Andere Mitarbeiter wollen die Kosten unter Kontrolle halten. Bisher wurde auch der Preis der Xbox Series X noch nicht kommuniziert. Branchenanalyst Daniel Ahmad gibt auf Twitter an, dass die in der Herstellung noch mal teurer sein könnte als die PlayStation 5. Üblicherweise veröffentlicht Sony den Preis seiner Konsolen im Februar des Release-Jahres in einer Telefonkonferenz Anfang des Monats, sagte Sony allerdings, dass man sich an der Konkurrenz orientieren wolle. Mehr Details zum Thema findet ihr auf GamePro.de, den Link zum Artikel gibt's in der Videobeschreibung oder hier oben in der Infobox. Kommt Baldur's Gate 3, das sich derzeit bei Larian in Entwicklung befindet, eventuell noch dieses Jahr, das jedenfalls behauptet eine Pressemitteilung von Google Stadia, in der fünf neue Spiele für die kommenden Monate angekündigt wurden. Nämlich Lost Worlds Beyond the Page, Panzer Dragoon Remake, Serious Sam Collection, Stacks on Stacks on Stacks und Spitlings. Ganz nebenbei wird erwähnt, dass auch Baldur's Gate 3 noch 2020 erscheinen wird. Ist das ein Versehen oder ein Fehler? Larian hat sich nämlich bisher noch überhaupt nicht über mögliche Release-Zeiträume geäußert und da es bisher noch überhaupt keine Bilder und kaum Infos zum Spiel gibt, klingt 2020 eher utopisch. Aber am 27. Februar soll es endlich neue Details zu den Plänen und der Zukunft des Spiels geben, das wurde bereits angekündigt. Hat hier Stadia also eventuell tatsächlich aus Versehen etwas ausgeplaudert, was wir erst in zwei Wochen erfahren sollten? Sobald wir etwas genaues wissen, erfahrt ihr es natürlich so schnell wie möglich hier in den News oder auf GameStar.de. Disney möchte neue Spiele zu seinen Marken. Das erklärte Senior Vice President of Games and Interactive Experiences von Disney, Sean Schopter auf dem DICE Summit in Las Vegas. Er möchte Entwickler einladen, einzigartige Ideen mit den Marken von Disney zu erschaffen. Disney selbst hat keine Entwicklungsstudios, sondern vergibt Lizenzen zu seinen Marken. EA kümmert sich momentan um das Star Wars Franchise und veröffentlichte zuletzt Jedi Fallen Order für PC, PS4 und Xbox One. Die Marvel-Lizenz liegt im Moment bei Square Enix, Marvels Avengers soll am 4. September 2020 erscheinen. Können wir also eventuell demnächst damit rechnen, dass Disney mehr Lizenzen an Entwickler vergibt? Das betrifft übrigens nicht nur Rapunzel, Frozen und Co. Nachdem Disney vor kurzem Fox gekauft hat, ist der Katalog an eigenen Marken nochmal deutlich umfangreicher geworden. Und was wäre der DICE Summit ohne die DICE Awards? Und der Gewinner in der Kategorie Game of the Year kommt in einem Umfeld mit Red Dead Redemption 2, Jedi Fallen Order und Outer Worlds durchaus überraschend. Gewonnen hat Untitled Goose Game, ein witziges Indie-Spiel, in dem der Spieler in die Rolle einer nervigen Gans schlüpft, die die Nachbarschaft terrorisiert. Ein lustiges, kurzweiliges und sehr empfehlenswertes kleines Spiel. Half- Alyx hat ein Releasedatum. Der First-Person-Shooter in VR rund um die Protagonistin Alyx erscheint am 23. März für den PC. Die Handlung des Spiels ist zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2 angesetzt. Wir spielen Alyx Vance, die mit ihrem Vater Eli gegen die außerirdischen Eroberer der Combine in City 17 kämpft. Um die Vorherrschaft der Invasoren zu brechen, forschen wir an Technologien und schwingen uns schließlich zur Anführerin des Widerstands gegen die Besatzer auf. Derzeit kann das Spiel auf Steam vorbestellt werden, um es zu spielen, braucht ihr allerdings zwingend ein VR-System. Vor einigen Stunden ging endlich die Version 1.0 von Wolcen Lords of Mayhem an den Start. Vier Jahre lang war das Hack'n'Slay im Diablo-Stil, nachdem es 2015 über Kickstarter finanziert wurde, im Early Access. Early Access-Unterstützern empfehlen die Entwickler eine neue Installation. Leider müssen die Spieler nach wie vor mit Bugs und Abstürzen rechnen. Ganz davon zu schweigen, dass ihr wahrscheinlich nicht auf die Online-Server kommt, da die vom Spieler anschurmt total überlastet sind. Mit dem Start der Vollversion am gestrigen Abend stieg Wolcen direkt in die Top Ten der meisten gleichzeitigen Spieler ein und es ist damit zu rechnen, dass diese Spielerzahlen am Wochenende noch weiter ansteigen. Offline hatten allerdings einige Spiele ihren Spaß, auch wenn man hier wohl mit zahlreichen Bugs zu kämpfen hat. Die Steam-Bewertungen sind innerhalb von 16 Stunden von 93% positiv auf nur 82% positiven Stimmen abgefallen. Auch unserem Tester haben die Bugs und Abstürze das Testen schwer gemacht, allerdings gab es da im Vorfeld eine Verwirrung mit den Testversionen, die wir euch in diesem Video erklären. Wir werden unseren Test aktualisieren, sobald wir die Release-Version ausgiebig getestet haben. Bisher haben wir eine 84 vergeben, das Spiel allerdings wegen der Bugs um 15 Wertungspunkte abgewertet. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu den entsprechenden Artikeln auf GameStar.de. Ja ist denn schon wieder Freitag? Dann gibt's natürlich auch wieder kostenlose Spiele. Allem voran natürlich Kingdom Come Deliverance, das ihr ab heute im Epic Game Store geschenkt bekommt. Als Ritter im böhmischen Mittelalter schlagt ihr euch durch eine faszinierende Welt mit hohem Authentizitätsanspruch und erlebt eine spannende Story mit taktischem First-Person-Kämpfen und einem umfangreichen, freien Skillsystem ohne Fantasy-Elemente. Zusätzlich könnt ihr S-Test ebenfalls kostenlos im Epic Store holen, das ist ein witziges Beat-em-up in minimalistischer Grafik. Wir sind verantwortlich für die Erhaltung und Ausweitung des Azteken-Reiches und prügeln uns dazu durch die Welt. Im Xbox Game Pass gibt es seit dieser Woche außerdem Death Squared geschenkt, ein witziges und amüsantes Core-Puzzle-Spiel. Und auf Steam könnt ihr dieses Wochenende natürlich auch wieder ein paar Spiele ausprobieren, zum Beispiel in den Survival-Shooter DayZ. In der riesigen Open World von Xenaras kämpfen wir uns durch die Zombie-Apokalypse und müssen gegen Hunger, Durst, Zombies und andere Spieler ums Überleben kämpfen. Ebenfalls ums Überleben geht's bei Last Year. Hier schlagt ihr euch zusammen mit vier Klassenkameraden, durch während ein Sechster-Spieler versucht, euch grausam abzuschlachten. Wer kein Chinesisch kann oder eine ganz besondere Herausforderung sucht, der kann auch den Amazing Cultivation Simulator ausprobieren. Den gibt's allerdings weder auf Deutsch noch auf Englisch, aber immerhin in vereinfachtem Chinesisch. Die Spielbeschreibung ist allerdings auch nur in vereinfachtem Chinesisch verfügbar, also Google Translate sagt, es ist ein Simulationsmanagementspiel mit Roguelike, RPGs, Strategie und Survival-Elementen. Falls das jemand spielt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr euch geschlagen habt. Und last, but certainly not least, haben wir heute für euch den Gewinner einer der wichtigsten Kategorien. Und der ist tatsächlich kein Neuling. Ihr habt gewählt, wir küren gegen Gewinner in der Kategorie Bestes PC-Spiel des Jahres, Red Dead Redemption 2. Na super. Jetzt darf also ein bekennender Anno-Holiker das Spiel würdigen, das den persönlichen Liebling Anno 1800 mit knappem Vorsprung auf den zweiten Platz verwiesen hat. Und dann ist es auch noch nur eine Konsolen-Umsetzung, die es erst ein Jahr nach PS4 und Xbox One auf dem PC geschafft hat. Kann so ein Titel verdientermaßen die Kategorie Bestes PC-Spiel gewinnen? Na und ob es das kann? Denn Red Dead Redemption 2 hat etwas geschafft, zu dem selbst ein Anno 1800 nicht in der Lage war. Es hat meine Spielgewohnheiten verändert und mir etwas zurückgegeben, von dem ich gar nicht wusste, wie sehr ich es in Spielen vermisst habe. Nämlich Entschleunigung. Dazu müsst ihr wissen, in Spielen agiere ich normalerweise wie ein Hund, das einem Stöckchen dauer-motiviert hinterherjagt. Ui, eine Sammelquest, toll, ein Fragezeichen auf der Minimap, yay, nur noch zwei Stealth-Kills, bis ich einen neuen Skill freischalte. Und jetzt kommt da plötzlich dieses Red Dead Redemption 2 und fährt das Spieltempo auf Schneckenniveau herunter. Es zwingt mich, entspannt durchs Lager zu schlendern und den Gesprächen meiner Bandenkollegen zu lauschen. Es geizt mit Schnellreiseoptionen, sodass ich immer wieder gefühlte Ewigkeiten von A nach B reiten muss, ohne dass etwas wirklich Spannendes passiert. Was hat mich das anfangs genervt? Und was habe ich es schließlich genossen? Denn plötzlich war ich nicht mehr ein Questmarker-Schichtarbeiter, sondern ein Outlaw, der mit großen Augen die Wunder des wilden Westen erkundete und dabei viele Abenteuer erlebte, die er so schnell nicht vergessen wird. Aber Red Dead Redemption 2 ist nicht nur ein atmosphärisches Meisterwerk, sondern auch eine wirklich gute PC-Umsetzung. Die Optionen bombardieren mich mit mehr Menüvarianten als jedes Fast-Food-Restaurant und wer das Spiel einmal in maximaler PC-Qualität auf einem großen 4K-Monitor erlebt hat, möchte anschließend nie wieder zur Konsolenversion zurückkehren. Und so muss am Ende selbst ein Anno-Fan zugeben, dass Red Dead Redemption 2 den Preis als bestes PC-Spiel 2019 mehr als verdient hat. Und damit geht auch diese Woche zu Ende. Ich hoffe, ihr könnt euch in den nächsten Tagen etwas Ruhe gönnen und ein paar Spiele spielen. Wir laden am Wochenende auf jeden Fall wieder ein paar spannende Videos hoch, abonniert also auf jeden Fall den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Dann seid ihr immer die Ersten, die davon erfahren, wenn wir großartige Videos wie unseren Kontrollbesuch bei Kingdom Come Deliverance hochladen oder dieses hier, wo wir einer Verschwörung um Atomic Heart auf den Grund gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß und guten Loot!